Willkommen zurück bei Minecraft. So, wir wollten ja letztes Mal die Strecke, hier vollstrecken wollte ich schon sagen, fertig bauen. Und dazu machen wir einfach jetzt weiter. So, ähm, genau, Türe, Boden bräuchte ich noch in einem passenden, das fällt mir gerade ein. Ah, das werden wir gleich hinbekommen, bin ich mir so gut wie sicher. Und ich werde den Boden hier auch nochmal eins niedriger machen, denn ebenerdig einsteigen, Minecraft, naja, 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 da halte ich nicht so viel von. Und deswegen werde ich das jetzt nochmal ein niedriger machen, zumindestens das hier. Jetzt wird es nochmal eines niedriger gemacht, dann haben wir das Ganze hier mal, dann hauen wir noch den restlichen Boden hier raus, dann haue ich einen anderen Boden rein und dann geht's los. mit der wilden Fahrt hier. Ähm, so. Ich habe mehr Platz, habe ich im Moment nicht. Eigentlich würde so ein kleines Eck hier hinten reichen, aber das tut es eben nicht, denn ich baue hier was hin. Mal schauen, wie das denn so noch wird und so weiter und so fort. Und erst mal den Boden, ich brauche einen Boden. Ich habe schon Schienen und alles auf Tasche. Kann ich hier irgendwas noch stacken? Ja, fast zumindestens. Okay, das haue ich nochmal weg. Dann hole ich mir das. So. Feuersteine brauche ich im Moment nicht keine. Habe ich hier genug, ähm, was ich noch wollte? Genau. Den gescheiten Boden, haben wir gesagt. Da habe ich hier noch ein paar steinziegeligen Dinger übrig. So. Mal schauen, ob die reichen. Und wie schon einer in den Kommentaren geschrieben hat, werde ich das jetzt mal nur so machen. Nur am Rand hier dann werde ich es doppelt machen. Mal schauen. So. Hier am Rand werde ich es doppelt machen, haben wir gesagt. Dass man eben das nicht sieht, dass ich hier ein bisschen geschummelt habe. Schummel, schummel. So. Hm. Fehlt noch ein bisschen was. Dann hier rein. Oh, voll. Voll ist es hier nicht. So. Und. Oh, eines noch. Mal gucken, ob da drin was fertig geworden ist. Ja, da haben wir noch ein bisschen was. Sehr schön. Und passt mal vorerst, so. Dann machen wir noch mal gut ein paar Steinstufen. Und das Problem ist mal vorerst gelöst. Warte mal. Das kann ich auch noch mal einen Inventarplatz freimachen. Obwohl Holz da drinnen. Ne. Nix. Es kommt hier hoch rein. Und. Mach ich mal noch mal ein aus Stein. So. Und das noch mal weg. Oh. Nein. Nicht das weg, sondern das weg. Und. So. Jetzt haben wir das offen. Gut. Ja, passt. So. Dann haben wir das hier fertig. Oh. Ich wollte ja das nur umbauen. Stimmt. Stimmt. Haben wir ja gesagt. Damit wir uns Material sparen. Das eh immer so dringend notwendig ist bei mir. So. Aber jetzt. Aber jetzt. Heißt's. Schienen bauen. Und das nicht zu knapp. So. Wenn ich hier drücke. Okay. Das ist zu hoch. Das war zu hoch. Das heißt. So. Knopf. Hier hin. Okay. Alles klar. Dann. Das hier. Ähm. Das hier. So. Und. Raus hiermit. Ähm. Ähm. Hier. Brauche ich. Eine Fackel rein. Das heißt. Ne. Die Keys brauche ich doch auch hier. Ähm. Mein Gott. So. Aber jetzt. Sorry. Jetzt müsste das hier auch gehen. Ja. Egal. Dann kommt hier wieder eine rein. Einfach random. Mal kurz ein paar verteilen. So. Ja genau. Und das wird dann genau wieder. Ein Flint. Schön. So. Der passt auch. So. Ähm. Der hier um die Ecke. Dass es symmetrisch ausschaut. Mache ich hier ein. Und dann zuvor. Nochmal einen. Also quasi hier. Und. Hier. So. Hier mache ich einen. Bam. 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 Gut. Gut. Oh. Da fällt ja auch noch die Hälfte. Aber naja. Okay. Jetzt muss ich hier. Auch noch rüber kommen. Das heißt. Ich baue hier nochmal einen. rein. Ich muss schauen. Dass ich da irgendwie drüber komme. Das wäre das ein bisschen. Kacke. Aber. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt. Ich brauche hier was. Hm. Habe ich die Steine mitgenommen? Ach. Gott sei Dank. So. So. Wo mache ich hier einen. Random Stein hin. Den ersten habe ich auch so. Zwei weggemacht. Ungefähr. Vom Ufer. Mache ich das hier auch so. Okay. Der war es nicht. Aber hier mache ich das dann zumindest noch mal so. Und. Bam. So. Bam. Das war der. Und dann. Mal gucken. Wie das denn so aussieht. Warte mal. Da habe ich noch eine Idee. Wie sieht denn das aus? Ähm. Schaut okay aus. Ja. Oder mache ich das da auch nur so? Oh. Verdammt. Da hat er wieder zu viel hingebaut. Aber so sieht das schon aus. Oder? Hm. Ich weiß nicht. Sieht das zu mächtig aus? Naja. 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 Sieht okay aus eigentlich. Oder ich mache das gleich so. Dass ich das dann so seitlich mache. Ja. Seitlich klingt besser. Schaut besser aus. Also seitlich. Also seitlich. So. Ich muss brauchen schnell die zwei Sand von hier unten. Und dass ich die dann hier wieder hin bauen kann. So. Aber jetzt. Einmal hier. Und da. Und das so. Und dann das gleiche nochmal hier. 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 Und da. Und dort. So. So sieht es besser aus. So gehört das. Genau. Genau. So gehört das dann. Yep. Und das mache ich dann. Ich muss jetzt mal zählen. Bei jeder zweiten Fackel wäre es doch. Oder? Hätte ich jetzt gesagt. So spontan. Also wieder hier. Oder bei jeder dritten. Ich weiß nicht. Ich würde sagen hier. Oder? Ist das richtig? So. Ah ja. So geht das überhaupt nicht gut. Also ich brauche hier eine Bauunterlage. Eine ordentliche. Sehe ich schon. Sonst geht das hier nicht. So. Machen wir es halt mal so. Bauen wir uns mal schnell drüber. Ein bisschen Baugerüst machen. ne. Dann. Kommen wir auch hier dran. Und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Unterirdisch geht der Spaß weiter. Ah unter Wasser natürlich. Unterirdisch sage ich schon. So. Und dann. Okay. Okay. Haben wir das hier auch noch? Ja. Oder? Ne. Haben wir nicht. Das muss dann weg. So. Oder? Passt das? Ja. Gut. Das muss dann weg. Hier runter. Was ist das dann? Und das passt dann auch. Ja. Gut. Das passt dann auch. So. Dann muss ich mal das hier hoch machen. Ich hoffe das flenkt es. Flenkt genau. Fängt jetzt nicht zum fließen an. Nein. Gut. Durch das neue Minecraft Update anscheinend nicht mehr. Und das heißt. Ich gehe mal wieder hoch. Und gucke. Oder beziehungsweise ich zähle mal ab. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Genau. Fünf. Und dann. Klingt gut. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Und dann hier. Oh Gott. Dann hier. Der nächste hin. So. Und. Geh mal. Schaut doch gut aus so bisher. So. Und. Wieder weg hier mit dem. Gut. Und auch hier Erde hin. Und. Wieder down. Ins kühle nass. Ja. Und der nächste Pfeiler steht. So kann das doch. Gut und gern weiter gehen. Sage ich jetzt mal. Mal gucken. So. Das geht weg. Das auch. Das auch. So. Da haben wir jetzt. Zwo. Drei. Drei. Vier. Passt. Ah. Äh. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Das heißt hier. Oder? Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ja. Ich muss sowieso mal ein bisschen rüberfahren. Also so ist es eh nicht. So. So ist es ja eh nicht gerade. Erstmal bis zum anderen Ufer. Dann gucken. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Passt schon. Egal. Egal. Passt schon. Wie viel habe ich eigentlich von dort drüben Abstand genommen vom ersten Mal? A2. Hm. Egal. Alter. Der will mich echt verarschen. Hallo. Ich meine. Was ist mit dem falsch? Alter. Der macht mich da fertig. Alter. Scheiß. 1.5 Skelette. Scheiß. 1.5 Skelette. Sag ich dir mal. Okay. Machen wir es so. Wie ich es gezeichnet habe. Ach nee. Jetzt mache ich schon wieder einen falschen. Ah. Ist das anstrengend. Mit mir. So. Und dann wieder auf Tauchstation. Mache ich den auch gleich runter. Und den auch. Und. Habe ich noch mal. Ja. Habe ich. Gut. Das schaffe ich schon noch. Da werde ich schon wohl nicht ertrinken. Ne. Okay. Ich nehme noch mal alles zurück. Habe ich noch mal zurück. Ja. So schnell kann das gehen. Okay. Noch mal hier runter tauchen. Den abzubauen. Und dann gleich wieder hoch. Alter das war knapp. Huiuiui. Dann haben wir schon fast den ganzen Balken durch. Ist doch schön. Und weiter geht es mit dem Bauprojekt. Das ist halt die erste Linie. Sich bald dem Ende nähert. Finde ich gut. Und wird auch immer besser gerade. Merke ich. Und die Eisenbahnbrücke sieht auch halbwegs gut aus im Moment. Ich weiß nicht ob die so bleiben wird. Ich weiß nicht ob der Fußabstand mir persönlich jetzt zu dünn bleibt. Vielleicht mache ich jeden zweiten weg. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Und dann einmal noch hier. So. Und hier auch. Und hier auch. Dann muss das weg. Das auch. Und rein ins Kühle Nass wieder. Und ich hoffe das geht sich jetzt so schön aus. Wie das gerade aussieht. Trululululu. Das hat keiner gesehen. Trulululula. So. Naja. Normalerweise würde ich ja immer bis zum Boden machen. Aber ne. So. Komm schon. Geh. Schneller. Weg. Danke. So. No. Auf. Nach oben. Ja. Passt. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Hopp. Und. Das heißt. Ich mache noch mal. Ne. Passt schon. Passt schon. Es passt schon so. Dann holen wir noch mal die Schaufel raus. Und hauen die Erde hier wieder weg. Die wir als Hilfserde quasi genommen haben. Solange ich mir jetzt nicht unter meinen Füßen die Erde wegkrabbe. Ist alles okay. So. Und es geht weiter. 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 Sieht ja nicht so schlecht aus bisher. Ich hätte glaube ich da noch mal ein Reihenrücken raus sollen von der linken Seite. Aber jetzt ist es auch schon egal. Die Steine haben gereicht dafür. Und. Ja. Die sind fertig. Gut. Die Brücke scheint fertig zu sein. Ist aber noch nicht der Fall. Warte. 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 Geht das? Wäre zu schön gewesen. Geht das? Nein. Wäre zu schön gewesen. Das geht. Ja. Aber das ist scheiße. Ich habe eine Idee. Aber da brauche ich etwas anderes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommt da hier wieder sowas rein. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieder sowas rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und. Ja. Dann. Wenn wir schon dabei sind. Dann. Einmal das. Äh. Egal. Lass ich halt mal. Das und das. Und. Dann. Nochmal. Hier heraus. Ja. Nochmal hier. So. Und. Die. Schienen. Habe ich noch welche? Gut. Und. Die Schienen. So. Gut. Brauche ich noch einen. Nen. Warte. Das geht doch so auch. So. Oh. Ähm. So. So geht das. Natürlich. Ähm. Stein. Brauche ich dann noch einen. Knopf. So. Knopf. Minecart fährt weg. Apropos Minecart. Wie viel brauche ich für einen Minecart? Ähm. 3, 5. Brauche ich. 5 Eisen. Ich glaube das habe ich. Minecart. Ole. Genau. Minecart. Ole. So. Ähm. Ähm. So ist besser. So. Ja. Das war klar. Mhm. Kann ich das so machen? Ich muss mal gucken. Jetzt muss ich das eben nochmal weg machen dann. Geht das denn? Oh. Da muss ich die auch nochmal rausnehmen. Stimmt. Verdammt. Egal. Geht das denn? Ist die Frage. Sonst muss ich da mehr Power Trails anbringen. Dann geht. Wird es schon gehen? Ja. Machen wir das einfach so. Ne. Machen wir das einfach so. Habe ich nochmal die dabei? Sehr schön. Habe ich auch dabei. Dann geht sich das sicherlich aus. So. Sieht doch gleich besser aus. Was wollte ich denn hier machen? Auch das. Ja komm. So. So. Dann Minecraft. Okay. Das ist behindert. Okay. Doch nicht. So. Das geht noch. Das müsste sich dann auch rausgehen. Zwar ein bisschen langsam. Aber es geht sich schön aus. Hier hoch. Und schon drinnen. Sehr gut. Hier geht sich perfekt aus. Und wir sind hier. Jetzt brauche ich nur noch schnell ein paar Stöckchen. Mit denen ich einen Zaun bauen kann nochmal. Müssten drei Stöcke übrig bleiben. Ungefähr. So. Drei Stöcker. Ja. Ja. Sechs. Zaun ist nicht gerade die Welt. Habe ich da oben noch was? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Haben wir da noch was anderes reinzugeben. Hier zum Beispiel. Redstone, ja Ähm Rest so ziehe ich nächstes Mal aus, genau Ja, komm Nochmal Das So Kann ich das eigentlich so während der Fahrt Das wäre doch mal interessant auszuprobieren Äh, okay Okay, ich brauche mehr als die Sehe ich schon Wie steht meine Hand gerade komisch Kann das sein Dass die gerade extrem komisch steht Naja Egal, ich hole mir jetzt mal meine Schaufel Ja, ganz klar die Schaufel Das hier Meine Axt natürlich Holzt das nochmal ab Dann baue ich den Rest nochmal hin Und dann sind wir am Ende Ich will nämlich den Zaun und diese Brücke Endlich fertig bekommen Das wäre doch was Feines So Das hier, das hier, das hier Yep Sieht doch gleich viel besser aus 13 Dann machen wir noch Stöcker draus Haben wir Genau, das passt Das dürfte jetzt passen Das wäre jetzt passend Und So Das haben wir mal hier rein Dann haben wir da nochmal Die Herrn Stock und Frau Stöcker Ein Rein Was haben wir hier Ja gut Das geht sich Knapp nicht nochmal aus Ja Fünf Stöcker Egal 34 Vielleicht reicht das jetzt Sonst muss ich dann nochmal Ans Werk So Okay Der war geil Der Ausstieg gerade Ähm So Reicht das Ist jetzt die Frage Wäre natürlich sehr nice Zwei bleiben übrig Gut geschätzt So Die restlichen zwei Bringe ich dann wieder ins Lager zurück Die anderen Bringe ich hier an Na Die anderen bringen wir hier an Was haben wir Immer zwei Immer zwei Immer zwei 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 Und so weiter Und so fort Auf jeden Fall Sehr schön Dass wir das heute geschafft haben Bin ich sehr stolz auf mich Und Mit einer Verabschiedeten Fahrt Fahre ich jetzt mal In das Lager Wenn das gehen würde Ne Unglaublich So Am besten so Wahrscheinlich muss ich das nochmal Ein bisschen umändern Aber Sieht doch schön aus so Und ich sag Danke fürs Zusehen Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder Bis dorthin Spielt schön brav weiter